Pitch Hinweise. So, hier. Pongwort. Pongwort, Early Access Launch. Jo. So, tja. Ja, und damit Hallöchen hier bei Palwar, dass ich auf Twitch streame, falls ihr das auf YouTube schauen werdet. Und ja, ich sag mal so, das Spiel ist gestern, heute haben wir den 20.01. Das Spiel ist gestern, gegen 9 Uhr morgens, rausgekommen. Und ja, ich streame es heute. Ich wollte schon gestern das Ganze machen. Das Problem war halt, ich war zeitlich leider verhindert. Ich war am Freitagnachmittag noch, ne, privat noch verabredet, sagen wir mal so. Und das ganze Treffen, das war, das dauerte eine ganze Weile länger als ursprünglich angedacht. Das heißt, ich bin gestern sehr spät ab, ne, was heißt sehr spät, relativ spät am Abend, so zwischen 19.30 Uhr und 20.00 Uhr überhaupt erst nach Hause gekommen. Natürlich, klar, man hat noch, da würde ich noch mal ein Abendessen noch machen, ne, und so weiter und so fort. Und ich war einfach fix und fertig. Ich war einfach zu platt und noch, das ist ja dann noch für den Stream hier. Deswegen mache ich das heute nachträglich. Deswegen also, Entschuldigung dafür, wenn ich das nicht gestern, also erst am 20.00 Uhr. So, jedenfalls hier, Palwar. Ja, was ist denn das eigentlich für ein Spiel? Ich hab mir ein bisschen schon mal so reingefuchst. Man sieht jetzt hier echt ein bisschen was Pokémon-artiges, wie man hier sehen kann. Ah, so noch. Sieht ein bisschen, das erinnert auch ein bisschen an Pokémon. Das Viech hier erinnert mich in eine Mischung an, das sieht, das, ich hab ja ein bisschen so ein Déjà-vu. Das sieht ein bisschen aus wie so ein, aus eines der etwas neueren Pokémon-Spieler. Das hat was aus einem, was an, an, an misslungenen Igamaru oder so wie das Pokémon heißt. Oder sonst was, ich weiß auch nicht. Das sieht aus wie so ne Sachian oder Samazenta von Pokémon, äh, Schwert und Schild. Sieht ein bisschen so aus. Und das hier, ich weiß auch nicht, ich weiß, wie so ein Mammute, ne. Es ist kein Wunder, da hat man schon mal so Plagiatsvorwürfe bekommen. Aber okay, wie geht das mal aus, hier haben wir, ne. Ich will einfach mal nicht zu lange um den heißen Brei herumreden. Hier haben wir, ne, die Optionen, da hab ich mal geguckt, ne, so. Grafik hab ich mal auf maximal gestellt, Anzeige-Modus-Vollbild, ne, Pipapo und tralala. Keine Einschränkung. Ich kann ja mal gucken. 120, mach ich mal 120. Das Ding ist, wenn du, wenn du da keine Einschränkung hast, dann läuft die GPU bei der Grafikkarte immer auf 100%. Warum? Weil da keine Einschränkung nach oben gibt. Wegen der Bildvierholrate und dann läuft die GPU permanent auf 100%. Und das ist nicht immer wirklich schlau. Deswegen, ich lasse es mir jetzt mal auf 120 mal, ne, damit die Grafikkarte nicht so brutal heftig ausgelastet ist. TSA. Was haben wir hier? TAA, FXAA. FXAA, TAAA. Ich mach mal TSA. Keine Ahnung, was genau das ist, da sind so viele verschiedene Anti-Aliasing-Methoden. Ich kann ja auch nicht mal alles auswendig. Ja, und so, ja, so, Ton. Ich hab hier mal, ne, ein bisschen mehr rumgespielt hier mit der Lautstärke. Ich denke mal mit, sagen wir mal, 8 Minuten, 65 Komma, irgendwas. Spieleinstellungen. So haben wir, ne, und das, ihr... Mausempfindlichkeit. Ich lasse das erstmal so, wie es ist. Gamepad, ich hab kein Gamepad, ich hab die Tastatur. Gamepad... Ich hab die Tastatur, deswegen. So. Die Grafik, ne, einfach mit Escape, ne, und so. Ja, speichern wir. So. Powerword. So, beginnen wir einfach mal ein neues Spiel. Machen wir einfach mal. Also mehr Spiele, ne. Naja, okay. Man sieht, es ist noch Early Access, es ist hier eine Version. 0.1.2.0 und das hier. Sollte eigentlich niemanden interessieren, aber... Okay, hier. Po... äh, so. Powerword. Paypalword. Na? Nicht Paypalword, sondern einfach nur Powerword. Ich weiß nicht, was die Entwicklung von Paypal dazu sagen, mit dem man immer, wie ich weiß, immer auf Steam bezahlt. Aber egal. Paypalword befindet sich derzeit in Early Access Phase. Es können Fehler und Abstöße auftreten, wie immer. So, also. Spielbeginn. Ich hab mich schon mal ein bisschen mehr so angezockt. Machen wir mal eine neue Welt. Ähm... Machen wir mal, ja. Das erinnert mich an Galapagos. Taya hab ich die Welt genannt. Ich könnte sagen, ähm... Pff, ja, ne. Könnte ich auch sagen, aber... Ja, wie soll ich die Welt eigentlich nennen? Oh, ich warte, guck mal. Ähm... Kann man da rausescapen? Leider kann ich nicht mehr rausescapen. Oh, fuck. Also mit Escape hier so einfach mal im Raus. Hier, Palpagos. Nicht Galapagos. Nennen wir die, ähm... Ich bin ja leider nicht so kreativ. Nennen wir die einfach mal in Anlehnung an... An Pokémon Kanto. Ne, Joto ist geiler, weil die zweite Generation... Joto vor allem. Joto. Nennen wir die einfach mal Joto, weil, ne? Zweite Pokémon-Generation, so. So, haben wir hier ne Schwierigkeitsfrag. Die Papo und Tralala. Mehrspiele. Ah, und bevor ich vergesse... Schwulele kup UM So moin moin da bin ich wieder diese hässliche Internetgestalt So Hab ich vergessen boah, da war ich jetzt so dran So Ich lass das einfach so einfach mal auf DEFORT genau Turnieren wir mal so áhm moschculo ā Abf tu Can Ich dachte, man könnte jetzt einen neuen Charakter erstellen. Doch. Ah, okay. Hallo. Ich nenne mal. Erich. Nennen wir einfach mal. Das ist so mein Standard. Damit ich jetzt denke, ich würde tatsächlich so heißen. Das ist einfach nur so eine Art, ich hab mal, Default-Spielname, sag mal, den ich mir vor Jahren, vor vielen Jahren schon mal so ausgedacht habe. Erich oder Erich. Nicht Erich Rangel wie Gronkh, sondern einfach nur, weil, na und so, wie ich das ja nur denkt. Jo. Hier, ich bin noch keine Frau. Ich bin ein richtig harter Kerl. Komm mal. Ich hab solche Muckis hier. Ich bin noch kein Mann mit Spektitten. Jö, 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 hüpf, hüpf, hüpf. Jo. Mama, na, Typ 2. Ja, Turtel-Gerüche. Jö. Oder, uh, bin so dünn. Jö, mach mal, ich bin eh ein bisschen ein drahtiger Typ. Aber, Ja, und so. Ich bin so schwach. Ich hab so dicke Stero-Immuckis. Ach, man, ja, so etwas muskelliger. Naja, ein bisschen, sieh mal, mal, ach, weiß ich was, man, wir wollen mal. So, ich, die, 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 aber irgendwie ein bisschen falsch aus, ne? Ein bisschen muskelliger. Jö, oh, ich hab so eine fette Hüfte. Wenn ich für eine Frau wäre, hätte ich jetzt, gut, dass ich keine Frau bin. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Dann sieht auch irgendwie, naja, sieht ein bisschen zu muskellig aus. Ja, komm mal, ich bin ein Anime-Girl. Hm, große Augen. Hm. Ich seh nicht mehr ganz so fröhlich aus. Äh, ich seh aus wie Harald Glöckler mit ein bisschen weniger Bart. Äh, ich bin ein Steinzeit-Mensch. Ja, aber solche... Ohne Narbe sieht besser aus. Äh, ich bin so ein depressiver Steinzeit-Mensch. Guck mich an, guck mich an. Äh, ich bin so ein Kerl. Mit roten Haaren wie ein Wikinger. Aber eine weibliche Frisur. Äh. Nenn mal... Die Äuglein. Äh. Ich will keine Anime-Augen, ich will einfach nur... Äh. Ich bin Satan. Ich bin das Böse. Böse. Das Böse strahlt aus mir raus. Böse. Warum keine rot leuchtenden Laser-Augen? Irgendwo Laser, so. Piu, piu, piu. Ach, egal. Okay. Kann ja mal passieren. So oder so. Ähm, ich entscheide mich für das Tier. So. Hade, du hast die Hade schön. Du hast die Hade schön. Jo. Mal hier nicht so diese Topf-Frisur. Haarfarbe. Mal hier mal ein bisschen dunkler. So. Na, sieht auch ganz gut aus. Mehr oder weniger so. Ach, und hier. Augenfarbe. Naja, bei mir ist es eher so bläulich. Und stimmt auch bei mir. Haarfarbe mal hier so. Es gibt Männer, die haben einen blonden Bart. Es gibt keine bescheuertere Bartfarbe als blond. Muskelige Muskelarme. Oh yeah. Muss ja echt heftig gepumpt haben. Hm. Haarararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Ja, da sagst du was. Yeah, Party, yeah. Oh, okay, kann ja mal passieren, na? Beginnen wir einfach mal eben aus Versehen ein Spiel. So sieht der Muskelmann aus. Yeah, hmm. Jesus latschen, na ja, okay. Okay, sieht aus wie so ein... Ach, ich weiß nicht, ein Typ halt, ne? Wie so ein random Typ. Beginnen wir mal das Spiel. So, los geht's. Paper World. Ein Huhn, eine Katze und ein Schaf. Robinson Crusoe. Die Tauern ist ein Punkt. Die Tauern ist ein Punkt. Das glaube ich nicht sofort, dass der Turm, also die Türen, der Schlüssel sind. Naja. So ist es halt. So. Sammle herabgefallene Äste oder schlage gegen Bäume. Das hört sich ein bisschen an, wie wie ein Zelda Breath of the Wild, diese Klaviermucke gerade. Und wie wie die... Erinnert mich an den Breath of the Wild. Also Zelda, meine ich. Oder Tier of the Kingdom, was er letztes Jahr bereits kam. Was ich übrigens immer noch nicht durchgespielt habe, war das Spiel. Ich habe das, glaube ich, mal in Norman's Sky sogar mal irgendwo mal gesagt. Und das ist immer diese Open-World-Spiele, dieses Problem, ne? Wenn du mal ein paar Wochen lang nicht mehr gezockt hast. Und dann voll nicht vergessen hast, womit du eigentlich weitermachen wolltest. Ich befürchtete, dass ich in diesem Spiel wahrscheinlich ordentlich anders sein. Ich habe gestern mal so, ne? So 90 Minuten angezockt. Mich reingefuchst und mit dem bisschen Spiel, ne? So. So. Öffnen. Goldmünze Pfeil. Kleine Palsäle. Ach, wie geil. So, mach nur mal. Ja. Ja. Das ist also die PayPal-Word. Da haben sich die Jungs und Mädels von diesem Bezahldienst mal wirklich ausgedacht. Und hier ist es. Ne, wie gesagt, ich habe mir schon mal ein bisschen angezockt gestern. Ich war zwar ziemlich platt, aber für einen Livestream habe ich überhaupt nicht die Lust dazu gehabt. Aber wie gesagt, ich kam gestern Abend sehr spät nach Hause. Also, ja. Anführungszeichen. So spät. Ich war einfach zu fertig, wollte noch. Ich habe fast nichts gegessen damals gestern. Außer ein bisschen Fisch. Und das ist praktisch gar nichts, wirklich. Einfach nur. Deswegen habe ich das auch heute auf Samstag. Heute haben wir den 20. Ersten Samstag. Und es gab auch noch einen anderen Grund, warum ich erst heute das Ganze mit dem Stream mache. Weil das Ding ist. Und jetzt haltet euch fest. Also, mich haltet euch aber. Tatsächlich ist das so. Das Spiel ist ja eigentlich Windows-Only. Das heißt, ich kann das nur unter Windows zocken. Richtig? Ja. Richtig. Ist auch Windows-Only. Aber. Eine Sache kann ich sagen. Das stimmt tatsächlich nicht. Auch wenn man es mir nicht ansieht. Alles, was ich hier unter zocke. Hier zocke. Äh. Nein. Mache ich unter Linux. Genauer gesagt unter einem Linux-System. Arch Linux. Das stimmt tatsächlich, dass ich das alles zu 100% mit einem Linux-System hier mache. Arch Linux in der aktuellen Kernel-Version. Da habe ich 5.6.7. Der 5.6.7er Kernel. Der ist tatsächlich hier unter Linux. Das geht tatsächlich sogar. Hört sich erstmal bescheuert an. Ist aber so. Euch jetzt habe ich aber jetzt mal zu erklären. Das geht so ins Technische. Nicht, dass dann einer denkt, was muss man dafür studiert haben, um sowas überhaupt verstehen zu können. Naja. Eigentlich gar nichts. Linux benutzt sich tatsächlich seit November 2011. Ich bin der lebende Beweis dafür, dass Linux-Gaming funktioniert. Yeah. Ja, das stimmt tatsächlich. Das ist tatsächlich Linux. Nicht Windows. So, ich mach mal hier. Ähm, naja. Da ist aber ein gar nicht Monsterchen. So. Ein bisschen kenne ich mich in der Welt. Oh, sie kann es kein bisschen. Ich mach mal so. Ja, ähm, okay. Ich mach das schnell. Ähm. Ich weiß nicht. Wo soll ich mein Lager aufschlagen? Hier ist die Sender. Ähm, komischer Typ. Ja, das werde ich dann nochmal brauchen. Wenn ich noch ein Lagerfeuer also. Nicht der Lager, Lagerfeuer. Dann machen wir einfach weich hier was. Kommt man nicht so? Oh, so. Oh, so. Man kann auch hochklettern im Übrigen. Wenn die Ausdauer stimmt. So wie ein Bitters of the Wild. Die ganz ohne Kletterwerkzeug. Ohne Bergsteigerausrüstung. Ja, ist schon eine geile Sache, ne? Ja. Ja, genau. Wo ich hieran gedacht habe. Hey, du da. Ein Schiff, bitte ich egal. Jemand, der nicht nach Pons riecht, ist mir... Brrrr, Alexis. Länger nicht runtergekommen. Diese Insel ist die reinste Hölle. Von denen, die mir herkamen. Äh, mir herkamen. Ist keiner von mir am Leben. Schade. Einer nach dem anderen wollen sie von Wildenpurs abgemurks. Brrrr. Pass bloß auf die auf. Ein paar Ressourcen kann ich dir zwar abgeben. Nein, aber um hier überleben zu können, musst du dich selbst dran halten. Das möchte ich doch meinen. Wah, hallo, 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 hallo. So. Ähm, ne, ne, ne. Einmal mal, 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 so. Ich mach mal. Jo, baby bauen. Hab ich hier? Jo, dann mach mal. Ich mach das mal erstmal. Ähm. Hier. Bup. Jo, und dann drücken... Drücken... Die Countdown läuft. Einfach in die heiße Luft kloppen und dann... Ja. Und schau den Survival Guide an. Survival Guide. Spielziel. Ich übe die Bosse der Türme jeder Region und werde dir der allerstärkste Part in einem Pokémon. Du kannst dich in aller Ruhe durch die Befestigung deines Lagers widmen oder Hände ausziehen und alle Ports fangen. Alle Ports fangen. Auch die Erschaffung mega stärker durch Züchtung oder Verstärkung ist möglich. Tu dies mit einem Ports, äh, dich mit einem Ports zusammen und zieh hinaus, um die wilden Welt in dieser Welt zu entdecken. Jo, okay, hab ich abgehakt den Punkt. Und mach mal eine Peisbege. Hab ich da noch nicht. Aber... Nehmen wir mal... Ne Steinachs. Wir machen erstmal eine Videoproduktion einer Steinachs für Holz. Darauf bin ich nämlich sehr stolz. Nehmen wir die nicht so. Ja, halten. So, was wir jetzt machen können. Wir gehen mal hier lang. Und kloppen uns noch ein bisschen Holz hier. Zurecht. Bum, bäm, 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 bäm. Bumm. So. Jetzt können wir nämlich gleich den nächsten krassen Scheiß hier zusammenschustern. Hallo. Nehme ich dem Beispiel, ähm... Na, Holzkeule. Man, ne mal einfach mal, ne? Ich werde nur noch brauchen. Klopp, 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 klopp. Jo, erhalten. Genau. Und was hier noch bedauern ist. Eine Hacke. Haben wir die Hacke? Ach ja, Hacke haben wir. Und ja, so. Hallo. Und Paulsbilde freischalten, so. Prodex, Technologien, warte mal. Paulsbilde, genau, die Paypal-Sperre. Ich sperre. Warte mal hier. Lagerfeuer. So, warte mal hier, so. Ähm, Dingens. Ich hab da noch nie. Hab ich den hier? Ja, wie ne? Hacke. Und so, okay. Hab ich leider... Oh, hab ich noch nie genug Stein. Ach, das muss nicht sein. Hey, was lauer, der Kerl. Der hört sich wohl gerne lieber selber reden. Nicht immer. So. So. So, so. Wo gibt's noch Stein? Kann man eigentlich nur so just wovon? Das geht nicht, ne? Nö. Hätt mich auch gewundert. Die neue Maus probiert haben. So. Brauchen noch ein bisschen Stein. Kleinstein. Pokémon halt, ne? Und so. Und Pokémon. Ähm. Ja. So. Hm. Ähm. Ich darf mir aber auch nicht verlaufen. Das wäre mir auch ein bisschen doof. Wenn es dann noch mitten in der Nacht wird. Sehr early access ist. Sehr early access. Haben wir einen Stein. Und dann nochmal einen Stein brauchen wir. Na, wegen Ressourcenabbau. Ich habe aus den Fehlern des letzten Spielstandes noch gelernt. Deswegen nicht wundern. Oh, das ist aber ein schlaues Kirchen. Kann sogar lernen. Das können wir alle. Wir müssen es nur wollen. Ich sammle mich erstmal. Ich versuche mich erstmal an eine Ressourcengeschichte. Oh, nee. Okay. So. Hier. Hier, das ist ein Szenario. So. So. Ähm. Ja. Nein, Stein. Kleinstein. Ups, da. Falsche ist, hast du gedrückt. Großstein. Rammstein. Ja, so. So. Dann gehen wir mal. Weil macht ja halt auch Spaß, ne? So. So, werdet ihr mal. Produzieren wir mal. Weil wir es können. Wissen Bescheid. So, was haben wir jetzt? Wollen wir mal sehen? Was wir machen würden? Aber wie würde denn? Ich wäre es. Ich würde es nicht nur. Ich würde es auch. Muss mal ein bisschen gucken. So, was wir machen können. Wer hat ja eigentlich zum Beispiel. Lange mal. Angeregt. Und. Ausdauer. Bestätigen. Da wollen wir uns deren auch betätigen. So, was kann ich jetzt? Ähm. Habe ich ja vergessen mitzunehmen. Mann. Ich bin es auch gewohnt immer hier, wenn ich das habe, dass ich das direkt im E... Wenn ich das hergestellt habe. Wenn ich das direkt im Inventar habe. Statt, dass ich muss explizit erstmal was mitnehmen. Kenne ich doch gar nicht. Ich meine, wenn ich ein Zelda oder irgendwas herstelle. Irgendwas koche zum Beispiel. Dann kriege ich ja sowohl ein Alten Inventar angezeigt. Und mich irgendwie erbrücken, um zu nehmen. Nee, ist ums... Nee, ne? Hm. Ums doof. Ah, okay. Stell dir eine Palsbeere her. Meistens eine Paypal-Sperre. Oder Paypal-Sperre. Wenn du ganz böse und unartig warst. Jo. Paldium. Billustück. Jo. Waren wir auch nicht, ne? Paldium-Beduch-Stück. Ja. Und hier. Immer, immer ein bisschen Holz. Holz, hier, Holz, hier, Holz. Dann gehe ich das hier übrigens auch mal. Jo, mal, immer. Up to the max. Ich kann nur einen, weil... Ach, ich habe hier nur ein Brauchstück. Schade. Erhalten. Erhalten. Muss immer daran denken. Die Dinger spawnen echt hier eigentlich überall, ne? Muss immer daran denken, explizit öfter zu drücken. Und dieses Gedingse wirklich auch zu nehmen. Und nicht einfach hier so... Und, naja. Kenn ich eigentlich irgendwo nicht, aber egal. Wollen wir schon mal? Wie gesagt, ich habe gestern mit mir so... Knappe anderthalb Stunden mal so angezockt. Ich nehme einfach mal alles mit, was ich mitnehmen kann. Oh, man sieht, dass es nur Early Access ist. Wenn es ruckelt... Ich habe manchmal Angst, dass sich dann ein Spiel abschmiert. Wie gesagt, ist Early Access. Und vor allem... Man muss bedenken, wie gesagt... Ich mache das hier wirklich alles unter Linux. Nicht unter Windows. Und ihr seht an meinem Beispiel... Dass Linux Gaming... Relativ problemlos möglich ist. Das war noch vor fünf Jahren ganz anders. Das war noch komplett anders damals. Also ist Gaming unter Linux möglich? Ah, hier Linux. Wer ist denn dieser Linux? Guck mal auf Google. Ist ein sogenanntes Betriebssystem. Aber eigentlich nur ein Kernel eines Betriebssystems. Aber egal. Den ganzen IT-Scheiß. Das... Will ich euch mal ersparen. Wie Leute immer Linux schlecht reden. Der ist auch nicht so geil. So, haben wir jetzt mal eine Keule zum Draufknallen. Aber wenn ich vergesse... Wenn ich bei den Bünfergüfe... Wenn ich schon mal dabei bin. Handvoll... Okay, zweimal Escape drücken. Gut, dass ich jetzt... Na und so habe, dass ich hier habe. Ich meine immer, dass ich mit einer Fackel noch... Damit ich hier... Wart habe. Ähm... Ja. Immer diese Ressourcengeschichten hier. Aber ist auch ein bisschen Survival. Und so. So. Oh, meine Meile. Und so. Man sieht, es wird auch so langsam sind. Ein bisschen dunkel. Im Dunkeln lässt sich gut munkeln. Oh, Handfackel. Handfackel. Der wird gebastelt. Oh yeah. Und gebastelt. Mit heißer Luft. Einfach nur Luft. Luftbasteln. Ja, die Luft macht auch keine Lust. Ja, man sieht, es ist noch ein bisschen... Wegen Performance und so. Man sieht das. Uiuiui. Ne, was für... Ja, du boner Typ, ey. Ich weiß nicht, wie lange ich heute noch streamen werde. Ist auch ein bisschen... Ich wollte schon gegen 17 Uhr anfangen, aber... Problem war halt einfach... Naja. Ich weiß auch nicht, wie ich das sagen würde. Naja, ist... Ich hab immer wieder zeitlich, aber unnötig lange... ... aufgehalten. Deswegen... Na, ich weiß nicht. Stein. Klon stehen. Ich geb hier noch irgendwas, na und so. Ich nehm einfach mal ein bisschen mit. Zum Verlösen, dass ich hier nicht komplett ohne Hapa Hapa da stehe. Oh, na und so. Oh. Ah, wir haben hier ein Büro-Stück. Gell. Ist aber noch nix spruchreifes. Uah. Hallo, hallo, hallo. Mann. Das ist halt nett. Der hüpft hier und das ist halt Early Access. Oh, wieder mal. Aber ich bin mir gleich zugeschissen mit Items hier. Anfangs war die Füße der Eisen. Angenommen, geschaufert. Aber irgendwo bei 100 hab ich aufgegeben. Man sieht, dass hier ein Lieblingsmaß benötigt. Wer hier, äh, wer hier pennt. Äh, wer die pennt, lebt nicht so lange. Wenn man einen Paypal-Pearl gezähmt kriegt, gibt es noch einen Hoffnungsschimmer. Aber keiner meiner Kameraden, brrrrrr, hat das hinbekommen. Hey, hast du da etwa eines dieser antiken Geräte? Damit solltest du Paypal-Spillen herstellen können. Und wenn du Paypal-Spillen hast, kannst du Paypal-Spillen fangen. Naja, Paypal halt, ne? Ob ich denn hier dieses... Na, und so. What if you want können... Oh, kann ich auch mit B? Lagerfeuer. Warte mal hier. Ja, okay, mach mal hier. Ähm, hier. Zehn Sekunden bis zum Lagerfeuer. Techniker ist informiert. Jo, fertig. Wir können den mal... Kann man hier. Dann kann man den mal... Ah. Ups, na. Und kann ich hier nochmal... Ich kann ja schon mal währenddessen... Technologien... Oh, Maltstrüger... Paarbox. Eine Paypal-Box. Reparaturbank. Wollen wir auch nicht. Mieses Bett. Fasern. Tolle Wolle. Vor allem Bogen. Vollstrügerbett. Stoff. Geiler Stoff. Der Stoff, den ich will. Winter. Punkte 8. Alte Bogen. Mich beloggen und betrogen. Mit dem Bogen. und hier wird von Gebäuden kaputt die Verarbeitung von Wolle stellen ich wäre schon so eine Richtung benötigt ja okay holz die Uhr holzbau set und hab ich das hier schonmal na dafür dass es eine sehr frühe Early Access Version ist das Spiel aber ich will nicht sagen hier weit aber doch relativ gut entwickelt also für den Early Access Zustand meine ich nur die Nacht dauert so lange wenn ich mich zu dir entferne dann wird es kalt dann gibt es Punktabstück bei den KP siehst du da stand eine 1 das heißt ein KP verloren ja und deswegen mhm was ich machen können ich bin die Bühne woher hat er auch immer die Pfanne ich bin jetzt im knistert und werfen ja werfen nur nicht ins feuer das wird teuer so erhalten erhalten wir haben schon erhalten bei den alten und ja ok ins feuer laufen kann man leider nicht ah doch ah fuck man kann doch ins feuer laufen ich bin jetzt ich bin jetzt Prozent und was sei dank ungericht und kälte man kann doch ins feuer laufen das war gestern aber anders rechtsklick und dann aber um um wenn man komplett gesättigt ist halt man sich selbst aber mit der fackel kann man hier ok hatte ich ja noch nicht drauf gehabt also so 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 hm eine halbe Stunde nehme ich schon auf na ok so so das ganze hier soll kein richtiges let's play let's play in dem Sinne sein sondern eher so eine Art live let's test sagen wir mal so weil es hat noch early access versichert einer fracht das ist wirklich noch alles early access deswegen will ich auch kein vollständiges let's play draußen machen ich weiß auch nicht wie lange das noch gehen wird dann muss ich auch mal schauen so aber drei Stunden Minimum denke ich mal also Aufnahmedauer für heute wer weiß muss ich mal gucken ich denke du hast das Zeug zum Pay-Trainer Paypal-Trainer baue dir Paypal-Sperren baue äh fange Paypals und lasse sie für dich kämpfen je mehr Paypal-Trainer fangen desto stärker werden sie bis sie stärker geworden solltet wie von den und du um die Turme dafür einhalten das Gebiet wird von den milderen vom vom reinen Syndikat kontrolliert die morgsen dich ohne Brrrrrr Zweifel ab genau wie meine Kameraden das möchte ich dir nicht glauben aber egal ist auch der wenige Reden mehr zocken okay die Nacht dauert immer ein bisschen lange Stirne yeah werde ein Superstar Star yeah yeah ne so so ich hier wirklich den Tag abwarten weil ich kann ja ohne Kleidung nicht wirklich äh ne und so weil ich friere ich mir den Arsch ab und das will ich nicht aber so auf Erkundung kann ich ja noch gehen dann geh mal was kann ich denn eigentlich alles bauen aus der Uhr und ach ich kann ja im Bett ach ich brauche ja dann tolle Wolle und die habe ich nicht und Holz habe ich leider auch gar keins ist nicht so geil aber kann man so wie ein Minecrafter doch die Nacht überspringen hier ist ja auch Holz aber kann ich leider nicht aufnehmen schade Blümchen verdecke Blümchen Benjamin Blümchen blöde Schwein wie soll er ein nee so und runter ja so langsam und sicher kommt das Licht hier bisschen rumgewandert und schon geht die Sonne auf hui hu ne ich geb's keine Geräusche mehr ne vom Menschen hu und dann na egal so na egal so hier kommt die Sonne auf hier kommt die Sonne ja wie bei Rammstein nur ein bisschen anhat ich warte mal ein bisschen heller wird hier wegen der Orientierung bisschen ist irgendwie so ein Mammut Geding so kann ja schon mal passieren so so und auf geht's neuer Tag mit Glück oh ok ich dachte ich nicht mehr was na egal so na was wollen wir machen ja hier nehmen wir hier noch ein bisschen dunkel aber immerhin die Sonne geht auf und ja ich schau ja die Höhntchen los böses Hühnchirn so geil hab ich ein Pokémon ich meine Digimon nee ein Hühnchen gefangen also Paul äh wie die Dinge na ja egal Paypal und so hallo ich will klettern nicht abrutschen ja klettern solche Geräusche machen auch wenn ich klettern waren wir im Treppensteigen so äh äh oh ich bin anstrengend oh trotz meiner muskeligen Muskelarme ja oh ich bin anstrengend oh oh hier ja ich ich hier ja Da haben wir offen gedründet. Na ja. Aufheben. Und das hier nimmer. Was hab ich hier? Ah, Goldmünsche. PayPal Spiller 3. Na ja, okay. Mach man halt so, ne? Ja. Oh. Oh, diese Schäfchen hier. Hey, du doa. Bam, bam, bam. Yeah. Bist du mir böse? Mit deiner Möse? Ne, 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 ne. Mega Spiller. Ah. Ich fang nochmal, ne? Wie geht das wovon? Bam, 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 bam. Böses, böses Monsterchen. So. So. Dann haben wir das Viechlein jetzt auch schon mal eingesackt. Den krassen Scheiß will ich auch. So, weg damit. Ja, jo. Ja, wie geht's? Wie steht's? Alles gut. So. Wollte ich gerade weiter mit PayPal Word. Äh, Pro Word. Ich sag hier schon PayPal Word. Schaut, Pro Word. Na, egal. So. Oh. Tja, wie geht's? Wie steht? Alles fit im Schritt und so? Könnte ich auch sagen, aber hört sich dann irgendwie falsch an. Ach, man geht nicht. Schade. So. Warte, wo ist das Nächstes? Ups, ich meine... Hier. Ah. Was ist hier? Ach, fuck. Hab nicht genug Holz. Kein Problem. Schlachte ich meinen Bäumchen ab. Und weiter geht's dann. Na, obwohl... Naja, dann war's und ich baum abgeschlachtet. Na, okay. Dann geh ja hier. Und weiter geht's. So, hab ich genug Holz. Der Baum ist ja bestimmt ganz stolz. So. Äh, ähm... Ach, was mach ich denn da? Das hier wohl. Hallo. So, mein mal. Erstmal... Hier hat immer so ein provisorisches Lager. Weil, äh... Na ja. Hä? Warum kann ich das hier nicht aufstellen? Ich mach das immer einmal alles provisorisch. Suna an meinem speziellen Bauwerk. Ah. Wie weit muss ich da eigentlich weg, damit es nicht zu nah einem speziellen Bauwerk ist? Wow. Ich hab mal hier. Wie weit muss ich denn eigentlich? Wow, okay. Aber hier geht das. Terrain ist zu steil. Und die ist zu nah. Ach, blab und blau und blub. Mal hier. So. Und klopp ich erst mal hier rein. Und dann geht's weiter. Oh. Palbox Management. Genau. PayPal Box Management. Moment. Ich tue ich mal den einen hier rein. Dann hab ich mir das hier. Öffne Tab und den Betan. Und bin jetzt, äh... Essensgegengestünde. Um den Hunger zu stören. Hab ich doch schon. Aber okay. Ich mach das trotzdem nochmal. So. So. Vielen Dank.